Was geht ab Leute, Lijanko hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Leute, achtet mich auf jeden Fall auf den Hintergrund, dort wird ein bisschen renoviert. Ja Leute, viele haben sich gewünscht auf jeden Fall, dass ich auf das Video von Dead Zbikiri reagiere. Er hat nämlich gegen Engelsgesicht gekämpft, also die haben Boxkampf organisiert, beziehungsweise die haben Kickboxen gemacht und viele haben sich gewünscht, dass ich darauf reagiere. Ich werde auf jeden Fall den Kampf fair bewerten, so ich möchte jetzt nicht irgendwie Dead Zbikiri schlecht reden, nur weil wir eine scheiß Vergangenheit hatten. Ja ne, ich bewerte auf jeden Fall den Kampf fair. Ich bin auf jeden Fall gespannt, das wird auf jeden Fall lustig, das Video. Ich habe schon ein paar kleine Ausschnitte gesehen von Kollegen, die haben mir auf jeden Fall Screen Recording geschickt und ich habe mich auf jeden Fall schon ein bisschen kaputt gelacht. Ja Leute, ich hoffe, wir lachen zusammen in dem Video. Ja, ich möchte nicht großartig viel reden, gönnt euch das Video, ich wünsche euch viel Spaß. So, wir kommen in den Fight Club nochmal, hier für die Kamera. Ja, genau. Wie war die Fahrt? Fahrt war gut, ja auf jeden Fall, schöne Stadt, schöne Fight Club und da steht er gerade... 1,20 oder? Oder 1,20? 1,20, schau mal, wo du bist. Achso, der meint jetzt wegen der Größe, naja, die sind eigentlich... Ja, ist jetzt nicht viel Größenunterschied, ne? Also, Engelsgesicht wird auf jeden Fall Probleme haben bei BK, denke ich mal. Ihr seid fast gleich groß, ihr seid fast gleich groß. Guck mal, jetzt habt ihr den Geweiß, weil er immer so ein Dummschweiß ist. Schau mal, schauen wir mal gleich. So, wenn Pause ist. Ja klar, natürlich. Boah, geil. Charly. Charly. Weißt du, was ringet? Der Gewinner kriegt. Was? Der ist so gürtelig, die haben sich viel Glück gemacht, die haben so gürtelig gemacht, ich schwöre. Ja, wir reden später, wenn hinten meine Fehler wieder geht, geht die Frage. Boah, er fängt wieder da mit der Schraub an. Hey, bitte in deinem 1,30 Meter und lass mich mit meinen Tränen arbeiten. Digger, was hat der mit seinen Haaren gemacht? Der hat das extra gemacht, oder was? Juchu Kies, oder was? Was ist da los? Siehst du, hier gibt es auch keine Politik und so. Kampf mit wirklich Herz. Der Junge meines Kurde, aber die Menschen, siehst du, wie schön der das macht. Ein geiler Laden, schön. Alle sind wirklich Sportler, alle voll nett. Würde ich echt empfehlen. Das sage ich jetzt wirklich von Herzen. Außer natürlich BK, der könnte hier nicht rein, aber... Bleib du in deinem 1,30 Meter, was ich mit meinen Tränen rede, geht dir gar nichts an, was ich mit meinen Tränen rede. Ey, ich hatte einfach kurz meine Fresse, Digga. Sei ruhig, was ich mit meinen Tränen rede, so wie Mann hier, hast du wohl nicht. Und hier ist der Ringerichter, Alex Vogel, vierfacher Weltmeister. Achso, okay. Ah, das ist der Alex. Ah, ich kenne den irgendwoher, diesen Alex Vogel. Ich glaube, ich habe mal was von denen gehört. Den mache ich mal mal leiser kurz hier. Auf jeden Fall, die breiten sich gerade hier vor. Ja, diesen Alex Vogel kenne ich, glaube ich, ja. Habe ich mal was von gehört. Ich bin Spekir. Heute geht es jetzt ab. Ihr könnt es schon sehen. Es geht los. Komm mal her, ihre Fiese. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es endlich soweit. Keine Lügnerei, was weiß ich. Wir sind jetzt nebeneinander. Hier werden wir kämpfen. Und spontan sind ja auch noch Zuschauer gekommen. Die wollen hier zugucken. Achso, meine Zuschauer. Das ist auf jeden Fall ekelhaft, wenn die so einen Kampf organisieren. Und da sind auf einmal viele Zuschauer dabei. Der wird gleich bestimmt voll nervös. Beziehungsweise beide werden gleich voll nervös. Nicht seine. Dem heute wird keiner. Ja, okay, jetzt bitte. War aber nicht so sehr. Okay, jetzt ist es soweit. Wir werden Kickboxen machen. Also eine Runde geht zwei Minuten. Wir werden drei Runden machen. Kannst du überhaupt so lange? Es reicht eigentlich. Erste Runde ist der K.O., aber... Es reicht eigentlich. Erste Runde ist der K.O., aber... Ey, Bruder, was hast du mit deinen Haaren gemacht? Ja, wir werden es jetzt gleich sehen. Auf jeden Fall danke an Fight Club, dass ihr das alles hier ermöglicht habt. Erster Link in der Beschreibung findet ihr auf jeden Fall alles zu Fight Club. Ich schwöre, danke. Jetzt geht es auf jeden Fall gleich los. Was sind deine letzten Worte? Also meine letzten Worte sind, ich habe ja ein Jahr mit ihm Beef gehabt. Ich habe ihn mit seinen Eltern beleidigt. Dafür entschuldige ich mich. Den 1,30 Meter Mann entschuldige ich ihn natürlich nicht. Ich habe vorhin eine Banane gegessen. Der Banane war größer wie er. Ist kein... Ja, Respekt, dass ihr das durchgezogen habt. Und danke schon an Fight Club für die Möglichkeit. Aber Respekt, dass ihr das durchgezogen habt. Hätte ich nie gedacht. Ja, muss man auch dazu sagen. Nicht jeder traut sich so, den Ring zu steigen. Einfach so und das vor laufender Kamera. Das ist auf jeden Fall krass. Okay, guck mal, jetzt gegen ein Bikiru oder gegen ein Engelsgesicht. Das ist auch keine Kunst, ne. Ja, ich glaube, da würde sich jeder trauen, den Ring zu steigen. Ihr könnt jetzt ein Like da lassen, ne. Jetzt geht es gleich los. Wir wärmen uns auf, etc. Und dann geht es los. Einzug, oder was? Tadam, ja, bei Bikiru klatscht ich einfach niemals. Die Engelsgesicht kommt rein, ganze Dingsbude ist am platzen. Tadam, ja. Ich hätte dir mal wenigstens aus dem Mitleid ein bisschen geklatscht. Also, die Runde geht in zwei Minuten. Eine Pause. Keine Knie. Keine Ellbogen. Kein Kopf. Bein Stopp. Auseinandergehen. Ein Fight. Wieder los. Okay? Ich möchte einen vierer Kampf sehen. Ich möchte einen besseren gewinnen. Check-in. Ey, Junge, dieser Engelsgesicht ist anders, Mann. Wallah, dieser Engelsgesicht ist wirklich anders. Round 1. Fight. Oh mein Gott. Wallah, das ist so kritisch gerade, ne? Wallah, ich möchte nichts gegen Bikiru sagen oder so. Ich finde es allgemein auch krass. Das ist ein Wunder, dass er überhaupt in den Ring steigt. Was ist das für eine Haltung, Digga? Was ist das für eine Haltung? Ich bin auch kein Profi-Boxer oder sonst was. Ich wäre wahrscheinlich genauso unerfahren wie er. Aber trotzdem, Bruder, mach doch mal ein bisschen. Was ist das? Wallah, wie so eine Maus. Wie geht's? Tschüss. Tschüss. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Ey, was hat das für ein bisschen was ist? Jungs, Engelsgesicht ist anders. Wallah, der ist einfach anders. Tschüss, Tschüss. Tschüss. Bruder, was sind das für Ventilator für Estelan? Tschüss. Tschüss. Okay, bis jetzt. Ich schwöre auf alles Unterhaltung. Puh, wäre ich mal dabei gewesen. Ich schwöre. Ich würde gerne, ich hätte sogar Geld bezahlt. Ich hätte Ticket bezahlt, dass ich da zugucken dürfte. Ich hätte mich behindert gelacht. Wallah. Das Ding ist, ich wusste jetzt erst, also ich wusste erst seit gestern, dass die sich boxen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ich schwöre, ich wäre gerne da hingefahren. Ich hätte zugeguckt. Ich schwöre auf alles, das wäre so lachig gewesen. Das Ding ist, ich lach nicht wegen Becker oder so. Ich lach wegen Engelsgesicht, wegen der Box, das Lachkick, ich schwöre auf alles. Das ist alles. Das Ding ist, ich schwöre auf alles, Engelsgesicht trifft den gar nicht mal richtig und Becker fliegt schon weg so. Oh, oh, okay, er traut sich, er traut sich, okay, schon mal gut, er traut sich. Okay, Runde 2. Oh, man muss sagen, Becker hat da gerade gut getroffen mit seinen Beinen. Ich bin ja mit Schlägerei gerade, ja? Fein! Fein! Gib mir doch mal! Fein, du gehst auf! Jetzt gib mir doch mal! Ich kann nicht mehr, geh rein! Tschüss, 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 tschüss! Fein! 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 Hey, du kannst das Ding zu drücken! Fein! 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 Er kann nicht mehr, geh rein! Fein! Die sind beide jetzt schon K.O., ja? Ich schwöre, die können beide nicht mehr schon. Los! 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 Komm, Mann, ich muss denen noch ein paar Fäuste sehen, ich schwöre. Geh rein! Geh rein! Geh rein! Geh rein! raj! Yeh genau, zieh genau! Geh hin! Geh hin! Nehn Schwinger machen! Versuch irgendwo zu treten! Okay, fein! institut, Pride! Geh, man, Allt! têm news! Okay! Paul. Geh jetzt mit blIT! Geh jetzt mit! Geh jetzt mit greifen! Geh jetzt mit nein! Geh jetzt mit den Deixa! Geh jetzt mit den Deixa! Geh jetzt! Geh jetzt! Geil Alter, geil! Ok, also jetzt letzte Runde. Kommt Alter, zeig mir jetzt was, ne? Wollt auch von einem weiter steuern. Uff! Der geht, der geht! Komm! 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 BAM! BAM! Ey, wie ne Box, das ist anders, das ist anders, geil, ja? Ja, jetzt! Wo geht's? Bruder, was machst du die ganze Zeit? Bist du am Telefonieren oder was, Alter? Die ganze Zeit? Jungs, haut mal rein jetzt! Machen die denn? Die gucken sich schon rein, guck mal! Jetzt kommt der Pips! Jungs, jetzt! Jetzt kommt der Pips! Okay, man muss sich voll Respekt aussagen, beide Kämpfer waren gut. Für das erste Mal, dass wir auf dem Ring standen. Ja, Mann, ist auf jeden Fall krass. Kondition hat mal schwäch gesehen und darum zeig's uns. Beim Thai-Boxen oder egal, was für den Sport hat, Koalition ist immer A und O. In diesem Fall, da gab's einen Sieger dieses Mal, ne? Der Bessere hat gewonnen, der sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hat. Und zwar das ist die blaue Hecke! Okay, war so oder so klar, ja? Das war so oder so klar, ich schwöre auf alles. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Engelsgesicht hat auf jeden Fall klar gewonnen, so. Erstmal Glückwunsch an Engelsgesicht. Das Video war auf jeden Fall lachkig, ich hab viel gelacht auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt auch gelacht. Ja, Leute, was ist denn eure Meinung? Wie fandet ihr diesen Kampf? Schreibt auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Like da auf ein Abo, würde mich natürlich freuen. Passt auf euch auf, macht keine Scheiße und haut rein!